Wir betreten die Welt und damit Zeit gegrüßt, mein Name ist Zwerge, Genome, Hobbits und Ender zu einem neuen Part des Adventskalenders 2021, in dem wir jeden Tag fünf bis sechs bis zehn Minuten Minecraft spielen, im Kreativmodus und das kaputt machen und dann wieder aufbauen. Wie kreativ das wird und ob da irgendwas entsteht, das ist jetzt, ist hier gar nicht das Ziel der Sache, dann geht es da und gar nicht darum, dass man viel oder wenig schafft, wir schaffen auch gar nichts und bauen hier im 24. Park noch an unserer kleinen Hütte, vielleicht wird es auch am Ende der 24. Das ist voll das größte Dorf überhaupt, was stark zu bezweifeln war, bei meiner Kreativität, der Minecraft, so was Großes wie Minecraft, aber werden wir hier nicht sehen können, denn die ganzen Zeit dieses Projektes, aber das ist auch nicht unbedingt das, was hier sein muss, einfach ein bisschen zur Weihnachtszeit, so im kalten Monat, in kalten Monaten, ein bisschen zur Besinnung kommen, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, so ein bisschen, ja, zu klein entspannen. Boden und Dach kommt heute drauf, das Dach können wir doch mal auch in etwas spannender aussehen. Ziegel. Oxidierte Ziegel hier, was wollen wir nehmen, Holzwäschung, ich würde es schon noch Holz nehmen, ein Treppe, wenn wir das kriegen können, so jetzt natürlich fünf Minuten nach Treppen, das Holz, das wäre natürlich nicht so gut, schwarz eigentlich, warum nicht? Okay, bauen wir auf dem Klotz noch ein bisschen, was halbwegs gut aussehen ist drauf, was halbwegs nach Dach aussehen, nein, gut aussehen tut das noch nicht, ist eine kleine Blockhütte, kann man dann nachher noch einen Kamin reinbauen, dann ist das klein entspannter. Es wird schon nachts, da baue ich das Bett für. So, hier brauche ich nochmal schwarze Eichelbretter. Heute mal in der Nacht, bauen wir nachts. Und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Adventskanäle mit der kleinen kurzen Einlage an jedem Morgen, mal so ein bisschen, auch wenn es nur ein bisschen, wenn es auch nur fünf bis zehn Minuten, ganz kurz ist mal ein bisschen, ja, die, ein bisschen Entspannung, genau das soll es sein. Ja, ähm, die Leute, die jetzt, die jetzt gleich brüllen wollen, mach doch mal was vollmütiges, auch jetzt was Großes und was Tolles, ähm, wenn man durch eine Erwartung hier reingeht, das Projekt könnte gleich abschalten, ähm, auch dann morgen gar nicht wieder zu kommen, das ist hier alles ganz, jetzt, ich werde das Thema auch morgen im nächsten Video nicht mehr ansprechen, dieses Projekt ist jetzt zu genügend geklärt worden, im ersten Türchen, und wenn wir hier vier Wochen am, am einen, am ein Hütchen bauen, dann sei es so, es ist Weihnachtszeit, Zeit der Besinnung, Zeit der Liebe, Zeit der Liebe, verbreitet auch mal ein bisschen Liebe in den Kommentaren, seid mal ein bisschen, seid mit zweieinander zur Weihnachtszeit, das möchte ich euch mal mitgeben, ein bisschen, ein bisschen, gerade Weihnachtszeit mal ein bisschen, ah, hier können wir zumachen, da kommt dann noch, kann dann noch ein Schornstein drauf, auch Stein, welchen Stein wollen wir nehmen, ganz schnell, ein Schornstein, nein, den nicht, sieht bestimmt aus, ähm, da haben wir noch Ziegel, Ziegel, Katzenholz, hier Ziegel, genau das wir noch haben, dann wird man weg, weg, ah, komm komm, lass, lass, du sagst, du sagst, du sagst, du heisst, du sagst, weiß, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, Das sind Schornsteine und Feuer, das muss dann nach oben noch hin, oder hier unten. Und wie das jetzt aussehen soll, weiß ich auch nicht. Wenn wir das Feuer hinpacken, dann sieht man das von vorne nicht. Sehr schön, naja, sehr schön, hier drüben bauen wir natürlich auch noch Fenster, aber das dann am anderen Tag, am anderen hat uns kleine Türchen. Gute Nacht. Träumt was Schönes. Gute Nacht. 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 Gute Nacht.